Hallo, heute möchte ich euch das Preva Duschventil vorstellen. Warum das Preva Duschventil? Als erstes, ich möchte Wasser sparen. Wasser sparen ohne Komfortverlust. Unser Produkt besteht aus 100% Metall und das Inlet ist versilbert, dadurch keimreduzierend. Des Weiteren habe ich die Möglichkeiten verschiedene Düsen einzustellen, das heißt verschiedene Durchflussmengen auszuwählen. Das kann man dann nach Bedarf machen. Das zeige ich euch bei einem anderen Video, wie ich die Düsen austausche und wie ich das ermittle. Bei dem Duschventil habe ich eine Seitenbohrung. Diese Seitenbohrung hat zwei Vorteile. Als erstes saugt es Luft an und vermengt sich mit dem Wasser. Dadurch habe ich das Gefühl, dass mehr Wasser rauskommt, was aber nicht der Fall ist. Des Weiteren habe ich hier die Möglichkeit, wenn ich den Hahn schließe, dass dort das Wasser austritt, was sonst im Schlauch in der Handbrause stehen würde und somit auch wieder Keimbildung erzeugen könnte oder auch Verkalkung. Ich kann auch die Durchflussmenge ermitteln. Dafür haben wir einen Messbeutel. Dieser Messbeutel ist im Lieferumfang enthalten. Ich füge hier oben bei den Duschen zehn Sekunden lang das Wasser ein und sehe dann, wie der Pegel steigt und wie viel Wasser ich dann pro Minute verbrauche. Dann baue ich das Duschventil ein und dann sehe ich, was ich danach verbrauche. Der Standardverbrauch liegt zwischen 14 und 20 Liter pro Minute. Mit unserem Produkt kann man bis zu 70 Prozent Wasser einsparen. Das heißt, man hat ein super Duschvergnügen auch bei 7,5 bis 8 Liter. Dies ist möglich mit unserem Produkt.